Hey Home, Willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Es geht weiter mit der großen Kluft. Da ist ein Loch drin. Und wir gehen jetzt hier durchs Portal durch. Ein wundersamer Ort in den tiefen Niederländen. Ja, ja, ist okay, das passt schon. Und Einzelspieler. Ich muss auch noch 40 Minuten. Brauchen wir irgendein Element? Wir brauchen nicht ein bestimmtes Element. Dann würde ich gern. Obwohl... Ich habe bei Archon Auftrags... Ich habe dich immer dabei, deswegen komm. Beim Archon Auftrag musst du einfach dabei sein. Was für eine faszinierende und merkwürdige Umgebung. Was zum... Oh mein Gott, größer als alle unsere Köpfe zusammen. Ja, ich weiß. Wie willst du das mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Blick ist auf eine optische Täuschung. Das ist eigentlich ganz klein. Wie kommen die hierher? Oh Gott. Dieser Ort hier ist immer noch merkwürdiger. Was für zu probieren? Ich kenne sie doch schon. Hey, diese hier ist sogar stärker bei Level 71. Das ist echt... Oh Gott. Hey. Ah, guck mal. Ah, diese Jan-Fake haben mehr. Jetzt habe ich drei solche Dinger und jetzt macht es auch drei... Ne, okay. Ich meine, es macht keinen Unterschied, ich habe Jan-Fake sowieso dabei. Easy peasy. Wie du weißt, als ich sie vorhin in die Hand ran war, war ich auf einem großen Kommerzial-Case. Der Defendant hat sie geholfen, um mich zu attacken, um mich zurück zu kommen. Das Leben meiner Rechtsberaterin ist echt hart. So hart. Das ist echt hart. Ich glaube, Zeit und Raum und Zeit ist hier echt irrelevant. Sorry. Ich will nur diesen Kompass hier... Ich glaube, es gibt eine kleinere Version. Judging von der Appearance und Design... Hm. In all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? Ich glaube, es gibt eine kleinere Version. Warte, wir können das gleich drehen. Ich will erstmal, was auch immer das ist. Notizen. Was steht da drauf? Gämmnis vor den Notizen. Lesen. Notizen, die irgendjemand geschrieben hat. Brief 1. Ich habe Herrn Bojang gebeten, mit einer Schrift ein Blatt Papier zu leihen und damit ein paar Briefe in deiner Familie zu schreiben. Aber ich muss nicht, was ich schreiben soll. Hoffentlich geht es allen zu Hause gut. Ich vermisse meine Tochter so sehr. Okay, das ist alles. Die Notiz haben wir ja gerade gelesen. Jetzt können wir nur noch daran drehen oder wir laufen erstmal hier hin. Ich weiß nicht, ob ich da durchgehen will. Nein, ich will erst den Zeiger drehen. Okay, warte mal. Das ist der Status Quo. Aber warte. Warum kann ich es denn dann drehen? Ich gehe erstmal so da durch. Okay, was? Gehen wir mal hier durch. Jetzt kommen wir wieder wahrscheinlich genau da an, wo wir... Ja, das dachte ich mir. Okay. Okay, und was passiert jetzt? Dasselbe? Nein, das sieht anders aus. Ich bin verwirrt. Ich dachte, wir könnten hier noch ein paar andere Menschen gehen. Aber wahrscheinlich nicht. Und Faye, da ist irgendein Geräusch. Oh, nein. Die Fatui? Welche Erinnerung ist das? Ah, schau mal! Sind das Dingens? Vom Sommer-Event? Just as I thought. Ah, okay. Hey, Lon, you're here! I will take you down, no matter how many times you show up. Oh. Hey, relax. We're together now. Das heißt, wir haben Wasser für den Feuertypen und Feuer für den Wassertypen. Für den Frosttypen. Ah, nicht Eistypen. Also, ich nehme an, dass ich die beiden spielen kann. Ja. 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 Das war's für heute. Ich glaube, es kommt nicht darauf klar, wie schnell ich das geschafft habe. Sie hat echt coole Magiekraft. Diese Stimmen von gerade. Wie habe ich gesagt, dass ich einige Illusionen selbst gesehen habe? Das waren die gleiche Worte, die ich letzte Mal hörte. Der Raum scheint diese Erinnerung zu reproduzieren. Jetzt, dass du es weißt, zumindest sind wir alle auf der gleichen Seite. Er sagte das Wort Fantastisch. War er über den Fantastischen Kompass gesprochen? Ja, bestimmt. Yenfei, siehst du das Ding auf dem Boden? Das ist dieser Kompass. Ja, wir tinkerten mit ihm. Das ist so, dass wir mit dir zusammenkamen. Ich glaube, es ist eine miniatüre Version des Fantastischen Kompass in der Distanz. Es hat eine nahe Verbindung mit dem ganzen Raum. Hm. Es sieht ein bisschen familiar aus. Lass mich denken. Aber guck mal, da ist doch noch eine Notiz. Fantastischer... Okay. Dreh den Zeiger auf Fantastischen Kompass. Je nach Bereich, wo er sich befindet. Wird der Raumzeit und der Gegenteil verändert. Was dir ermöglicht, zu den verschiedenen Zeitpunkten zu reisen. Und was du in den letzten Zeitpunkt getan hast, wirkt sich wohl auf den nächsten Zeitpunkt aus. Okay. Gut. Dann will ich erstmal hier die Notizen haben. Lesen. Brief 2. Ich schreibe im Auftrag vom Kamerad Hulan. Ich wünsche seiner Familie alles Gute. Unter anderen Umständen wäre ich gerne zurückgekehrt, um das Laternenritual zu erleben. So. Äh. Ja, rückwärts bringt nichts. Aber geht's vorwärts nochmal? Nee, rückwärts kommen wir ja nur zurück. Und ich glaube, dadurch, dass ich es gleich eingestellt habe, gehen wir jetzt erstmal in diesem Raum zwischendrin und landen dann genau wieder da, wo wir vorher waren. Weil das ist praktisch der Zwischenraum. Wahrscheinlich im Kompass drin oder so. Und das führt uns dann dahin, wo der Kompass eingestellt ist, wo das jetzt Nacht ist. Okay, gucken wir mal, was es gemacht hat. Da waren wir ja vorhin drin. Das heißt, wir sollten genau dort auch landen. Jetzt ist... Keine Ahnung, was ist jetzt hier anders? Das Ding hier leuchtet. Vorwärts? Nee, es geht nur vorwärts oder rückwärts? Oh nein. Wenn ich hier zu lange brauche, komme ich hier nicht mehr raus. Äh. Okay. Das heißt, ich sollte auch etwas erkunden. Also wenn wir das jetzt weggespringt haben, hat sich jetzt hier was geändert? Genau. Jetzt sollte da ein Weg frei sein. Nee, aber hier ist eine Truhe. Wow. Das war alles? Aber es gibt... Oh Gott, das habe ich nicht gesehen. Aber hier ist nichts. Es hat sich aber nichts geändert. Oh Gott, ich bin so blöd. Ich habe den Baum kaputt gemacht, weil wenn wir jetzt hier hingehen, ist der Baum nicht mehr da. Ah. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen am Point-and-Click-Adventure, wo man halt wirklich... Okay, jetzt er hat Rätsel. Wo er hat Rätsel drin? Jetzt ist da kein Baum. Das heißt, wir können jetzt weiter. Und ich weiß nicht, was das gebracht hat, die Tür hier zu eröffnen. Aber wahrscheinlich bringt es hier was. Vorwärts. Noch weiter vorwärts? Jetzt kommen wir woanders an. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, aber gehen wir mal dahin. Das war's mit dieser Folge von guidelineback! Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir, was sich dahinter verbirgt. Und bis dann! Tüdelui!